Hallo und Willkommen zu einer weiteren Folge NES-Retrogram mit Barry und heute WreckingCrew, hi! Hallöchen! Juhu! Zwei Spieler-Modus, würde ich sagen, ne? Genau. Ich hab's mal bei dir gesehen, wollte ich grad sagen. Das ist eigentlich ganz okay, also es ist natürlich aus der heutigen Zeit gesehen. Ich weiß... Hast du wieder abwechselnd? Gar nicht abwechselnd. Ich weiß nicht mehr, wie man was macht. Das muss ich jetzt mal wieder rausfinden. Ach, das war dumm. Ah, du musst dir diese Bomben einsammeln und die Typen dann umbringen. Du hast die nicht eingesammelt. Ja, das war ja das Dumme, deswegen hab ich ja gesagt, das war dumm. Hier dann abreißen im Prinzip alles und der PC ist irgendwie noch geistig verblödet, zum Glück. Und man kann hier immer links und rechts dazwischen laufen, also jetzt geh ich jetzt nach links und... Wie das ist alles kaputt zu machen? Oh, da kommt eine Flamme. Das heißt, ich bin zu langsam. Jetzt sollte ich das erste Level eigentlich geschafft haben. Was ist mit der Bombe? Ist das denn die nicht benutzt? Äh... Bin ich noch vorbeigelaufen. Die kannst du auch benutzen. Ach, ich bin immer noch dran. Mario Start, Phase 2. War nicht bis ich tot bin. Soll ich mich gleich mal umbringen, dass du auch mal kannst? Ne, mach es mal. Vielleicht bin ich ja einfach fein raus und schau dir nur beim Spielen zu, was ja auch schön ist. Nein, du musst auch spielen. Wie nimmt er diese Bombe auf? Ach, ah, okay, ich hab das falsche in Erinnerung. Mit der Bombe fliegt man runter und kann aber gleichzeitig auch mehrere Sachen kaputt machen. Das muss ich nicht mehr. Also, ich hab das Spiel früher nicht gespielt. Ich kenn's halt auch nur von SNES Remix, äh... Oder NES Remix, muss ich ja auch sagen. Was sind das für 3 Männlein? Ach, das verdummt. Ja, du hast es nicht kaputt gemacht. Die verarschen dich ein bisschen, oder? Eigentlich hatte ich... Also, ich hab die schwerer in Erinnerung, dass die mir auch hinterher laufen. Aber irgendwie wollen die das gerade nicht. Ist doch schön. Will dich auch mal spielen lassen. Ich glaub, ich bringe das gleich mal um. Ach, okay. Ach so, die Fässer musst du gar nicht machen? Ne, du musst nur die Türen abreißen. Okay. So, also, wo bin ich? Ich möchte mich mal umbringen, dass du da später noch mal zocken kannst. Yay. Das ist okay. Ja, ich weiß nicht, ich hab noch nicht gespielt. Aber wenn du irgendwas wiederholen, oder? Ja, du darfst nicht runterfallen. Kann ich irgendwie Neustart oder will ich umbringen? Weiß nicht. Ey, wie soll ich denn jetzt hochkommen? Wie dumm ist das denn? Ja, dann wird gleich dieser Feuerball wahrscheinlich irgendwann kommen. Ist aber auch doof, dass man das nicht neu starten kann. Ja. Oh. Oh. Komplett von vorne. Ja, dann spielst du das erste, zweite Level jetzt nochmal. Ich bring mich mal gerade um. Merkwürdig. Merkwürdig. Du bist gar kein Gegner. Ich kann mich gar nicht umbringen. Doch, da rechts. Ich kann mich umbringen. Den. Nein! Lauf nicht weg von mir, Gegner. Du sollst mich töten. Du musst dich schon anstrengen, um zu sterben. Das ist ja wirklich dumm. So, jetzt dürftest du dran sein. Luigi! Das, was nicht abwechselnd ist, nur wenn einer tot ist, ist ja wirklich dämlich. Ja, das macht keinen Sinn. Du musst die B-Taste drücken, wo diese weißen... B. Weiß nicht, was das darstellen soll. Okay, das ist wirklich ganz schön albern. Was ist denn diese roten Fässer? Äh, die kannst du runterschubsen, glaube ich. Probier mal. Und wenn dann ein Gegner da ist, dann ist der gefangen. Lauf mal rechts daneben. Dagegen. Geht nicht. Okay, hab ich falsch in Erinnerung. Ja, ein super Spiel. Auf jeden Fall. Total klasse. Es gibt schlimmere Spiele auf dem NES, also soll ich es nicht. Also, ich sehe bis jetzt keine Schwierigkeit darin halt. Wem darfst du? Ja, es ist halt... Ich hab's auch schwierige Erinnerungen. Ich weiß nicht, ob die bei der NES-Remix-Version nur die schwierigen Level da reingepackt haben. Oder Gegner, die denken können. Weil so ist es ja wirklich... Dreijährige irgendwie. Ja, schon, ne? Ja, definitiv. Aber was sagst du so? Wenn es schwer wäre? Ach, jetzt bin ich dran. Nee, das bist du. Hä? Machst du dich, Luigi? Weglaufen! Jetzt hab ich den getötet jetzt. Ey! Ich dachte, er ist tot, wenn ich den anbombe. Nicht? Nee, du darfst dich gar nicht berühren. Ich hab das falsch in Erinnerung. Jetzt muss ich wieder das erste Level spielen. Okay, das ist ein bisschen sehr sinnbefreit. Äh, das macht das Zusammenspielen ja gar keinen Sinn. Ja, das macht doch keinen Sinn. Ja, das macht doch keinen Sinn. Ja, weiß ich nicht, wie fern wir abmoderieren wollen. Also, ich finde Wrecking Crew gar nicht so schlecht, aber... Ich denke, das Spiel... Hey, da ist ne Tür. Warum ich denn da hin? Mach mal die andere Seite noch auf. Äh, das geht nicht. Du wolltest grad was erzählen. Ich denke, wenn das... Ähm... Ich hab's vergessen. Wenn das ein bisschen spannender wäre. Also, das Prinzip klingt cool eigentlich. Das macht fast Spaß. Wo bin ich denn jetzt? Die ersten Levels sind zu einfach. Ja... Ich weiß ja nicht, was ich mit einer Bombe machen kann. Achso. Okay, gut. Alles klar. Okay, ich würde sagen, wir lassen es an der Stelle gut sein. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal... Vielleicht gibt's dann noch irgendwas anderes Schönes, wenn neue Spiele kommen sollten. Oder dann doch mal die neue Generation. Und damit werden wir alles suchen, Nintendo. Mal schauen. Mal schauen. Wir hoffen es immer noch, ja. In diesem Sinne... Bis dahin. Macht's gut. Bisrelliiiiii. Bis zum nächsten Mal.